Musik Es stimmt, dass die Politiker und auch die öffentlichen Verwalter nicht schlecht bezahlt werden. Aber auf der anderen Seite muss man immer Verhältnisse herstellen. Ich sage Ihnen ganz offen, ich verdiene ungefähr ein Drittel von einem Bankdirektor mittlerer Größe. Auf der anderen Seite auch, was die italienischen Politiker anbelangt, muss ich sagen, dass Südtirol in der Mitte liegt. Es sind acht Regionen, die mehr verdienen und achte, die weniger verdienen. Das heißt ungefähr in der Mitte. Das ist keine Entschuldigung. Ich bin der Meinung, dass man ohne weiteres noch eine Reduzierung vornehmen kann. Wir haben bereits eine Reduzierung vorgenommen. Die Landtagsabgeordneten haben einmal 7.200 Euro bekommen, noch vor fünf Jahren. Und jetzt bekommen sie 5.800 Euro. Das heißt, es ist bereits eine Reduzierung vorgenommen worden. Und ich habe vorgeschlagen, man sollte einfach den Landtagsabgeordneten gleichstellen mit einem Ressortdirektor. Der verdient ungefähr bei den 4.500. Allerdings würde er es 13 Mal bekommen. Hingegen der Landtagsabgeordnete bekommt das nur zwölfmal. Der Landtagsabgeordnete bekommt heute keine Pension mehr. Früher hat er eine Pension bekommen. Wir haben zum Beispiel durch die eigene Reduzierung, mein Jager noch oder auch wenn ich einen Ball hernehme oder andere, die in Pension gegangen sind, die bekommen 7.200 Euro Pension. Ich bekomme, wenn ich in Pension gehe, noch 40 Jahre Dienstjahren, bekomme ich noch 5.800. Das ist auch schön, aber ich sage nur, dass man auch hier irgendwie berücksichtigen muss, ein Politiker hat da auch irgendwie Spesen, wenn sie heute hierher gehen, wenn irgendeine Veranstaltung ist und so weiter, muss immer irgendetwas gezahlt werden. Das ist auch richtig so. Und auch wenn ich Wahlkampf und so weiter hernehme, muss ja auch der Großteil von Politikern bezahlt werden. Deswegen, ich bin der Meinung, ein Politiker soll ordentlich gezahlt werden, aber auf der anderen Seite kann man von ihm auch verlangen, dass er da ist, wenn man ihn braucht, dass er arbeitet, dass er offen und ehrlich ist. Also, ich bin der Meinung, ein Politiker hat da auch,